herzlich willkommen zu einem neuen opening gestern ist welche aufgenommen heute schon wieder was neues eingetrudelt und ich denke mal die videos werde ich als erste hoch lernen weil die wahrscheinlich am interessantesten sind oder am aktuellsten worum geht es um diese lieferung genau wir haben pummelhoff von temple of cards ist das einfach hier postkarte legen sie mal weil und wie ihr seht die mon genau ich habe mir wieder drei von den neuen set bestellt und zwar kurs encounter bt 10 nächsten monat kommt auch schon wieder eine neue version raus und x02 ist das 0 3 dann glaube ich also wieder so ein eher special themen basiertes set man und ja von dem wir zwei eröffnen und ja das dritte das hebe ich mir dann mal ein bisschen auf entweder als wertanlage um oder um es später mal zu öffnen mal schauen und ja wir wollen nicht lange um den heißen prei und fangen gleich mal an mit dem kleinen 25 special memorial pack stehe ich mir echt jetzt 25 jahre alt geworden das ist ja jetzt so alt wie pokémon mittlerweile aber vergesst den satz pokémon hatte letztes jahr glaube ich das 25 jährige und natürlich ist pokémon dann diese 26 das ist nicht einfach mal 25 geblieben ja geht schon mal gut los was haben wir denn hier drinnen der schöne ist gestern hatte ich ja weiß schwarz aufgenommen hololive und bank dream karten und noch von zwei animes da konnte ich leider zum spiel nichts sagen und die text war noch extrem lang hier kann ich wenigstens wieder was vorlesen und ich kenne zumindest auch zumindest die hälfte der digimon denke ich mal tyrannomon kennt man auf jeden fall im hintergrund noch einen koromon und botamon sogar zwei botamon ok und es hat den effekt wenn es digitiert decke drei karten von deinem deck auf füge eine der fünf digimon karte und einen grünen thema deiner hand hinzu und die restlichen kommen in beliebiger reihenfolge unter deinem deck mal gucken mit dem licht hier ist ein bisschen näher ran kriegen noch stücke vor holen ich habe nämlich gestern ein bisschen was anders probiert die farben sehen heute besser aus als gestern muss ich mich loben da habe ich die einstellung besser hingekriegt so was haben wir noch und ein argomon cool auch wieder mit koromon und botamon beim ausspielen decke fünf karten von deinem deck auf füge eine thema karte deiner hand hinzu die restlichen karten in beliebiger reihenfolge unter der decke also genau das gleiche wie bei tyrannomon nein da fehlt das digimon vergesst was ich sagen wollte ich gerade sagen bloß ein bisschen besser weil man eine beliebige thema karte nehmen kann und wir haben noch eine karte drin diesmal sogar drei und zwei ein erdhormon das blau ist ein bisschen dunkel ok schöne karte hat den security effekt am ende des kamms kannst du diese karte ausspielen ohne die memory kosten zu bezahlen auch nicht wisst ihr was wir machen klein mal noch das zweite pack auf das dauert ja jetzt nicht so lang und dann seid da live mit dabei das update video vom zweiten display das werde ich dann glaube ich wieder mit virtual kurs machen weil das sollte auch demnächst wartet kommt da überhaupt was raus ich wir gucken uns gleich die karten an ich schau mal kurz was so da bin ich wieder ich habe nämlich nur kurz nachgeguckt visual kurs sollte eigentlich schon raus sein ich glaube am vierten zehnten wenn ich hätte das wie auf die schnell noch merken konnte gibt ja gerade probleme mit der lieferung aber ja ich hoffe mal dass das in diesem monat noch ankommen wird und dann machen wir da wieder zusammen ein update video so wir haben keine effekte ich finde das bildschirm der hintergrund gefällt das stil mehr war man auch geil wie es hier aus dem bildschirm rauskommt holo effekt hat es nicht nicht wirklich es glänzt halt nur schön hat den effekt warum ist denn schön scharf wenn es digitiert eines deiner digimon bekommt 3000 dp für diese runde und ein monster emon mit vielen vielen herzen um sich herum aber ohne effekte irgendwie so ganz scharf wirkt das hier auf die entfernung noch nicht so ist besser ok ja soviel zu den promokarten halt monster emon aus bt 1 meramon war aus bt 5 ok ich kann euch gerade gar nicht sagen ob das dann die alternativen artworks jetzt nochmal waren oder einfach komplett neue artworks nochmal bloß mit den stats von der jeweiligen edition ich krieg das nicht auf gut dann schauen wir doch mal hier rein ich mache euch mal kurz ich mache euch mal scharf so und dann gucken wir mal rein was wir für ein box topper haben ach hier ist ja auch wieder ein pack drin jawohl eine akari hinomoto und st 11 special entry pack st 11 wer ist da nicht starter deck 11 schauen wir mal wir gucken was das mit karte an wir waren jetzt auf 40 so da haben wir sie auch die farben sind wirklich gelungen ich muss mir die einstellung mal speichern eine akari hinomoto mit dem ausspieleffekt du kannst ein droolomon von deiner hand oder von unter einem deiner thema ausspielen ohne die memory kosten zu bezahlen während deiner runde wenn du ein digimon mit cross hurt in den eigenschaften spielt cross hurt in dem diesen thema tappst ziehe eine karte geht das werden wir denke ich mal eher verstehen wenn man noch ein paar effekte sehen aus dem set security effekt spiel diese karte aus ohne mir mal kosten zu zahlen weil scheinbar können wir jetzt in diesem set digimon unter thema packen sonst würde der ausspieleffekt nix bringen und digimon mit cross hart die eigenschaft scheinen dann wohl effekte zu haben das war auch thema tappen können oder müssen um die auszuspielen mal gucken was da auf uns zukommt so erstmal schauen wir noch was hier drin ist war craymon ist auf jeden fall drauf und dieses kleine weiße digimon wo ich den namen schon vergessen habe aber das fand ich eigentlich ganz cool wir haben sogar und das ist ein gamma mon hat den ausspieleffekt zerstöre ein gegner system und 2000 oder weniger tp und der vererbeffekt wenn es angreift zerstöre ein gegner system mit 2000 tp oder weniger und dann haben wir noch eine options karte air of dragons der erbe der drachen im hintergrund sehen wir ein craymon und ein peltormon und hier vorne haben wir ein auch das war ein war kormon glaube ich ne ich muss die serie echt mal wieder gucken oder oder cybersilus spielen da hat man auch eigentlich die man drin damit ich den namen mal wieder lerne haupt effekt ziehe zwei karten dann wenn eines deiner digimon craymon oder tramon in seinen namen hat außer doro craymon burning craymon oder dex doro craymon vernichte ein gegnerisches digimon mit 4000 oder weniger dp security effekt aktiviere den haupt effekt das wird mir uns endlich dem set ein bisschen runter drücken damit ich hier keine karte erwische erste machen wir schön sauber auf damit ich die boosterhülle außen an die sammelbox dran kleben kann damit ich auch im überblick habe wo was drin ist und falls euch interessiert ja ganz normal das design der box schön endlich wieder die man öffnen gut so lange war es glaube ich auch nicht her was haben wir den monitor morgen mal wieder immer als monitor dabei in einem schönen kleinen japanischen zimmer mit einem früge man auf dem fernseher die orangen auf dem tisch hier pennen sogar welche unter dem kotatz das macht man doch eigentlich nicht kotatsu kotatsu ist hier diese japanische tischplatte sage ich mal also eigentlich ist der tisch da runter es ist auf jeden fall ein beheizter tisch ich glaube die gibt es halt auch als aufsatz mit noch einer decke an der seite so dass man im winter halt wird halt nicht der ganze raum geheizt sondern es wird unter dem tisch geheizt und man setzt sich dann einfach darunter und hat es dann schön warm es hat auf jeden fall den ausspieleffekt decke die vier obersten karten von deinem deck auf füge zwei karten die entweder schwarz mit nightmon oder deadly exmon in ihren namen sind oder mit twilight in ihren eigenschaften deiner hand hinzu und der rest kommt unter dein deck in beliebiger reihenfolge ein bulukomon schön dass das mal wieder dabei ist mit penguimon noch im hintergrund das finde ich eigentlich ganz cool so mit dem eis thema bei eis design oh was ist denn das das sieht ja schön aus matt leomon aus dem winkel hätte ich es nicht für leomon gehalten sondern für eine art bären auf jeden fall richtig cool hier haben wir schon einen neuen effekt dabei während der gegnerischen runde einmal pro runde wenn ein effekt einer dem gegner eine karte auf die hand geben würde indem er eine digitationskarte eines digimons dafür ablegen muss dann muss er genau so viele karten von der hand abschmeißen wie er durch den effekt auf die hand bekommen hat und wenn matt leomon vernichtet wird dann wird safe ausgelöst das kenne ich glaube ich noch nicht aha du kannst diese karte unter einen deiner tamer legen da haben wir schon diesen entsprechenden effekt der ist neu und digicross minus 2 eventuell eine digimon karte mit bakra army in den eigenschaften aha wenn du diese karte ausspielen würdest kannst du spezielle karten von deiner hand oder kampf vom kampfbereich unter sie platzieren jede platzierte karte reduziert die ausspielkosten ok also wenn ich das richtig verstehe können wir wenn wir mit leomon ausspielen die bis zu zwei digimon karten mit bakra army in den eigenschaften unter es legen damit wir dann ja die ausspielkosten um zwei senken können ich hoffe ich habe das so richtig verstanden und der vererb effekt besagt wenn ein effekt digitations karten vernichten würde bekommst du ein memory cool oh das sieht ja cool aus riesen gammon digitations 2 von gammon und es hat piercing das war wieder wenn dieses ding man angreift und ein gegner über das digimon vernichtet dann kommt danach auch noch ein security check auch wieder so ein cooles design balmon mir gefällt das set jetzt schon richtig gut wenn es angreift kannst du bis zu drei karten von deinem deck abwerfen wenn balmon vernichtet wird wenn du zehn und mehr karten in deinem ablagestapel hast kannst du ein bier zum mon von deinem ablagestapel ohne die kosten zu bezahlen ausspielen wir haben hier wohl bier zum mon im set drin ich bin gespannt äh du ru lu mon digitation für zwei von einem level 3 mit cross heart in den eigenschaften ausspieleffekt wenn ein anderes digimon oder tamer mit cross heart in den eigenschaften im spiel ist dann bekommt ein gegnerisches digimon minus 3000 dp bis zum ende der nächsten gegnerischen runde wenn du ru lu mon vernichtet wird dann save also man kann es wieder unter einem tamer platzieren und während deiner runde hat es den vererb effekt wenn dieses digimon shoutmon in seinen namen hat bekommen alle gegnerischen security digimon minus 2000 dp gaos mon sieht sehr komisch aus zusammengeknautschter dino wenn es vernichtet wird kannst du ein level 4 digimon mit blue flare in den eigenschaften von deiner hand getappt spielen ohne die ausspielkosten zu bezahlen also getappt ins spiel dieses level 4 digimon oh keine ahnung wie man das aussprechen soll mit dem strich darüber ist oh keine ahnung lönke lönke adistacto weiß doch gerade gar nicht was das für eine sprache sein soll dann vielleicht so ein bisschen italienisch römisch wenn ich mir das digimon dazu angucke bin ich mir auf jeden fall nicht sicher auf jeden fall optionskarte wenn du ein pulsmon oder ein digimon mit pulsmon in den digitationskarten im spiel hast kannst du diese karte benutzen ohne die farbvoraussetzung zu erfüllen der haupt effekt besagt wenn du drei oder mehr security karten hast bekommt ein gegnerisches digimon minus 12.000 dp für diese runde wenn du drei oder weniger security karten hast dann platziere ein gegnerisches digimon in dem gegnerischen security stack ok kann man natürlich einen digimon auf dem Feld loswerden dadurch entweder weil es auf dem feld gerade nervt oder auch weil man es vielleicht bekämpfen will damit der gegner einen damit nicht angreifen kann oder den effekt nicht mehr nutzen kann wäre auch möglich weil wenn der gegner nicht verteidigt kann man es eventuell nicht angreifen mit dieser karte könnte man es dann security stack bekommen und direkt angreifen und ja man weiß ja dann was da liegt ich denke mal am besten setzt man die karte hier ein wenn man drei karten hat und security stack weil so wie ich das hier lese wenn du drei oder mehr security karten hast minus 12.000 dp und wenn du drei oder weniger karten hast also wenn man genau drei hat werden ja dann beide effekte aktiviert gut und security effekt den haupt effekt aktivieren ein demi meramon und die babyversion scheinbar davon habe ich noch nie gesehen finde ich cool ja und papa meramon guckt hinten ganz stolz zu hat den vererb effekt während einer runde wenn eine nicht rote karte in den digitationskarten dieses digimons vorhanden ist bekommt dieses digimon plus 1000 dp auch ganz cool so ein kleiner löwe mit rüstung äh spalamon ausspieleffekt äh in dem du dieses digimon unter eines deiner digimon mit legend arms oder crossheart crossheart in den eigenschaften äh als seine unterste digi ich fange nochmal an ihr habt alles vergessen in dem du dieses digimon unter eines deiner digimon mit legend arms oder crossheart in den eigenschaften als unterste digitationskarte platzierst löse de-digitation 1 bei einem gegnerischen digimon aus de-digitation 1 besagt dass man die oberste äh warte dass man die oberste karte eines gegnerischen digimons vernichtet du kannst keine karte mehr vernichten wenn das wenn die karte die abgeworfen werden würde eine level 3 digimon karte oder die letzte karte des digimons ist so ähm und der vererb effekt besagt beim angreifen einmal die runde decke die drei obersten karten von deinem deck auf füge eine karte mit legend arms oder crossheart in den eigenschaften deiner hand hinzu die restlichen beliebigen reihenfolge unter deinem deck gut weiter gefällt das set bisher ja finde ich komisch die karte mag das design jetzt nicht so angora mon ok ein level 3er das sah mir jetzt so aus schon wie vielleicht champion level ok während deiner runde einmal pro runde wenn du einen grünen tamer spielst ziehe eine karte und der vererb effekt während deiner runde einmal pro runde wenn ein gegnerisches digimon getappt wird ziehe eine karte und wir kommen zur letzten karte vom ersten booster pack wie lange halten wir ihn schon auf über 10 minuten glaube ich an dem was haben wir ein quaymon aber das ist ja eigentlich die schwarze version hier wieder obwohl es ist auch nicht das einfache black quaymon weil es hat noch einen schönen haarschmuck dabei oder ein helmchen beim ausspielen decke die vier obersten karten von deinem deck auf füge zwei karten mit blue flare in den eigenschaften deiner hand hinzu platziere die restlichen karten in beliebiger reinfolge unter deinem deck wenn du ein kiriha aonuma im spiel hast kannst du eine metal quaymon karte vom ablagestapel deiner hand stattdessen hinzufügen oder wieder zurück auf die hand nehmen wenn es vernichtet wird save und vererbeffekt beim angreifen einmal pro runde wenn dieses digimon blue flare in den eigenschaften hat und der gegner zwei oder mehr digimon im spiel dann kann man dieses digimon enttappen das ist es ach so ok ja stimmt ich wollte gerade sagen das ist ja ganz easy weil das quaymon hat ja schon blue flare in den eigenschaften aber ne es muss ja dann das aktive digimon auch diese eigenschaften haben aber ich denke mal mal dass die ganze metal quaymon reihe dann ganze quaymon reihe dann blue flare in diesen set hat golemon der zeichenstil gefällt mir irgendwie hat aber ansonsten nichts besonderes zu bieten gubimon 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 dann ein highvision monitamon dann ein highvision monitamon sieht cool aus hey der hat so eine komische Nadel hier aufm Kopf warte die habe ich doch ich pimp jetzt einfach mal hier ein monitamon so wir haben jetzt ein monitamon grad weiterentwickelt ja ich werde die da nicht aufkleben aber ich habe ich habe ein merchandise von highvision monitamon cool auf jeden Fall es hat keinen wirkenden effekt außer digicross minus zwei monitamon ex monitamon ex monitamon aha okay heißt es dann die ausspielkosten sind einfach nur minus zwei indem wir drei monitamon drunter liegen dann habe ich die karte nämlich erst falsch verstanden gehen gehen wir da nochmal kurz zurück die war es ja mit leomon der geile bär das heißt dann bei ihm werden ausspielkosten von drei also minus zwei ne indem man nur eine digimon karte mit bugger army mit den eigenschaften drunter liegt ich dachte halt minus zwei heißt man kann bis zu zwei mal dann diese digimon karte aber nein scheinbar nur eine digimon karte mit bugger army dabei ja bei highvision monitamon jetzt äh angegeben haben dass es drei monitamons sind wisst ihr was ich pausiere kurz das video und gehe nochmal nachlesen nicht dass es dann für jedes monitamon minus zwei werden ich möchte euch das richtig erklären können bis gleich so da bin ich wieder und ich habe was rausgefunden Achtung tada muss ich bloß ein bisschen rüber kommen äh Digicross ist eine Aktion die beim ausspielen geschieht Und indem man einen Digimon mit digicross Voraussetzung ausspielen esiayer und nach äh Effekten die äh wenn würde würde ausspielen abgehandelt werden und bevor digitationskosten bezahlt werden und bevor das ausspielen eines Digimons abgeschlossen wird wie kann man das jetzt machen die benötigten Digimon platziert man unter das Digimon von oben nach unten angefangen mit der Digimon Karte die am weitesten links liegt und dann nach rechts vorgearbeitet man kann nur eine Kopie pro Digimon verwenden was angegeben wird also bei Monitamon waren ja drei Monitamon angegeben also kann man da auch drei verwenden man kann nur Digimon verwenden die da angegeben sind man muss nicht alle Digimon verwenden die ausspielkosten werden pro Digimon die man darunter platziert reduziert wenn man einen Digimon aus dem Kampfbereich für Digicorce benutzt dann werden die ganzen digitationskarten in den Absaggestapel gelegt was wollte ich jetzt noch hier lesen na ja auf jeden fall haben wir das damit jetzt geklärt und zwar Digicorce minus zwei wir spielen ein Monitamon unter High Vision Monitamon sind die Ausspielkosten bei vier wir spielen ein zweites unter High Vision Monitamon sind die Kosten bei zwei legen wir alle drei drunter die wir dürfen können wir es kostenlos ausspielen gut da wir das jetzt geklärt haben weiter im Text und zwar mit Sandi Ramon das sieht ein bisschen böse aus aber auch interessant oh Skull Neigt Mon ist wieder von der Partie und zwar im MikeDX Mode äh der Name dieser Karte oder dieses Digimon wird auch als Skull Neigt Mon und Deadly Exmon behandelt beim ausspielen die drei osten Karten von deinem Deck auf füge eine Karte mit Neigt Mon in den Namen eine Deadly Exmon oder eine Nene Amano deiner Hand hinzu der Rest wird abgelegt äh abgeworfen dann falls du äh mit zwei Karten äh Digicorce ausführst kann ich dir ein gegnerisches Digimon mit ausspielkosten von vier oder weniger und wir können Digicorce minus eins machen mit Skull Neigt Mon und Deadly Exmon das heißt dann haben wir ausspielkosten von zwei wie wir gerade gelernt haben wenn wir beide benutzen und ansonsten haben wir nichts weiter äh wir haben einen Kuckoo Wormon mit einem Kuhne Mon und einem Wormon war das andere nicht wie hieß denn die grüne Version gelbe war doch Kuhne Mon ne wo war die grüne Version Kuhne Mon ich weiß es gerade nicht auf jeden Fall haben wir den Vererb-Effekt während deiner Runde einmal pro Runde wenn dieses Digimon ein Gegner oder das Digimon im Kampf besiegt bekommst du ein Memory dann eine Optionskarte Impulse Memory Boost Haupteffekt du kannst ein Puls mal von deiner Hand ausspielen ohne die Ausspielkosten zu bezahlen dann platziere diese Karte in deinem Kampfbereich der Haupteffekt Delay indem du diese Karte vom Kampfbereich abwürfst aktivierst du den unteren Effekt du kannst den Effekt allerdings nicht in der Runde aktivieren indem die Karte den Kampfbereich betreten hat und besagter Effekt ist bekommst du zwei Memory Security Effekt platziert diese Karte in dem Kampfbereich des Besitzers Pulsmann fand die auch sehr cool ah und die haben wir Biel Simon schonmal immerhin auf einer Optionskarte und zwar Death the Cannon wenn diese Karte vom Deck abgelegt werden würde geht sie stattdessen auf die Hand des Besitzers zurück Haupteffekt vernichte ein gegnerisches Level 6er oder niedrigeres Digimon wenn es 10 oder mehr Karten im Ablagestapel gibt dann erhöhe das Level das Maximal Level des Digimons das du vernichten kannst um 1 also wir können dann auch ein Level 7er Digimon damit vernichten Security Effekt aktiviert den Haupteffekt dann haben wir ein Pile Volkermon wenn es digitiert dann Blitz das heißt wenn den Gegner 1 oder mehr Memory besitzt dann kann man mit diesem Digimon angreifen obwohl eigentlich ja dann die Runde vorbei wäre und während einer Runde dieses Digimon bekommt 2000 dp dazu oh ein hübsches Digimon Male Bird Ramon beim ausspielen wenn du ein Kiriha Aonuma im Spiel hast kannst du ein Metall Craymon vom Ablagestapel auf deine Hand nehmen wenn du kein Kiriha Aonuma im Spiel hast kannst du stattdessen ein Kiriha Aonuma von deiner Hand ausspielen ohne die Ausspielkosten zu bezahlen und wenn es vernichtet wird save bei R-perfect wenn du angreifst einmal pro Runde wenn dieses Digimon Blue Flare in den Eigenschaften hat und dein Gegner 2 oder mehr Digimon im Spiel dann kann ein gegnerisches Digimon nicht angreifen oder blocken bis zum Ende der nächsten gegnerischen Runde Sparrowmon digitiert für 0 von einem Level 2er mit Crossheart in den Eigenschaften während jeder Runde wenn du ein anderes Digimon oder Tamer mit Crossheart oder Twilight in den Eigenschaften im Spiel hast bekommt dieses Digimon plus 3000 dp dazu ein 5000er Rookie das ist schon mal ganz cool und wenn es vernichtet wird save bei R-perfect während der gegnerischen Runde wenn dieses Digimon Shoutmon oder Meerwamon im Namen hat bekommt es Reboot und wir haben einen Yu Amano hat ein komisches Digi weiß finde ich während jeder Runde einmal pro Runde wenn eine Lieder eine Karte unter diesem Thema platziert wird dann ziehe eine Karte und bekomme ein Memory während deiner Runde einmal pro Runde wenn du ein Level 4er oder höheres Digimon mit Bagra Armeen den Eigenschaften ausspielen würdest was indem man bis zu drei lila eine Digimon von unter deinen Tamer und als Digitationskarten unter dieses Digimon legt dann reduziere die Ausspielkosten des Digimons um zwei für jede so platzierte Karte okay also wenn wir ein Digimon ausspielen und andere Digimon die schon unter irgendwelchen Themen liegen dann als Digitationskarten unter runterschmeißen werden die Ausspielkosten um zwei reduziert klang erstmal ein bisschen verwirrend aber beim zweiten mal lesen ist es schon klarer und das zieht sich hier kurz schon wieder ganz schön wir sind jetzt beim 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 dritten Booster Pack warten wir nach 36 Minuten eieiei ich mach mal wieder zwei Folgen draus hier Sherimon warum geht Palm und dem da an seine Kirschen achso der hat auch noch eine Hand gut ähm Digisorption minus zwei wenn eines deiner Digimon diese Karte von der Hand aus digitieren würde äh kannst du eins deiner Digimon tappen um die Digitationskosten um bei um ja um zwei zu senken gegnerischen Runde einmal pro Runde wenn ein gegnerisches Digimon angreift kannst du das Ziel der Attacke auf eines deiner getappten Digimon ändern dann Cockmammon sieht ganz cool aus ich kenne die Viecher da oben bloß gerade nicht und das hier die Kakerlackmon Kakerlackmon oder wie oben die heißen Cockroachmon ja klar hat ihn in den deutschen Namen Kakerlackmon ach da kommt der Name bestimmt ja von Short Cheesecake oder wie heißt ne Shortcake auf jeden Fall ist es ein Kuchendämon ja gut hat er noch etwas weiter besonderes Cybertramon Cybertramon warum habe ich bei Cybertramon gerade ein anderes Digimon im Kopf Effekt von der Hand Hauptphase wenn du ein Digimon mit Blue Flare in den Eigenschaften im Spiel hast kann man indem man drei Memory bezahlt diese Karte unter eines dieser Digimon als unterste Digitationskarte legen dann kann man das Digimon enttappen das ist ja auch mal cool das hat man glaube ich vorher auch noch nicht so Effekte von der Hand aus also können wir wenn wir schon angegriffen haben in den Digimon was Blue Flare halt als Eigenschaft hat Cybertramon von der Hand einfach als Digitationskarte darunter spielen um das Digimon wieder zu enttappen und dann kriegt es auch noch den Vererbeffekt dadurch während jeder Runde wenn dein Gegner zwei oder mehr Digimon im Spiel hat bekommt dieses Digimon plus 1000 DP okay das ist jetzt nicht ganz so heftig aber immerhin darf man ja schon mal enttappen dafür mir fällt gerade auf das sieht sehr grün aus aber es ist blau also ja sehr komisch doch nicht so die perfekten Einstellungen wir haben das Defense Plugin C wenn du ein Tamer im Spiel hast kannst du diese Karte benutzen ohne die Farbvoraussetzung zu erfüllen Haupteffekt äh bis zum Ende der gegnerischen Runde kommt eines deiner Digimon Plocker und Reboot und kann nicht durch gegnerische Effekte vernichtet werden dann haben wir das ist grün ein Simbari Angoramon das sieht schon wieder cool aus während deiner Runde also der Vererbeffekt während deiner Runde einmal Runde wenn ein gegnerisches Digimon getappt wird bekommst du ein Memory Burning Star Crusher Haupteffekt wähle eins deiner alle vier oder höheren Digimon mit Shoutmon im Namen vernichte ein gegnerisches Digimon mit DP die weniger oder gleich des ausgewählten Digimons sind Security Effekt besagt der Digimon Plocker hat mit deinem Deck auf füge eine Karte mit Cross Heart in den Eigenschaften deiner Hand hinzu und du kannst eine Taiki Kudo Karte davon ausspielen ohne die Mamui Kosten zu bezahlen die restlichen Karten kommen in beliebige Reihenfolge unter dein Deck ein komplett anderer Effekt bei der Security oh schönes Bild cool von Mon mit seinem Schlangenschwanz der lacht er hat nochmal Augen bei seinem Unterkiefer sieht sehr komisch aus cooles Design 3 Claw Haupteffekt 1 deiner Digimon bekommt 2000 DP für diese Runde dann indem du eine Digimon Karte mit Gammon in den Namen von deiner Hand unter eines deiner Digimon als unterste Digitations Karte legst ziehe eine Karte Security Effekt du kannst einen Gammon von deiner Hand oder vom Ablagerstapel ausspielen ohne den ohne die Ausspielkosten zu bezahlen Justice Kick wenn du diese Karte benutzen würdest reduziere die Kosten um 1 für jeden Thema den du im Spiel hast oh ja Kosten von 12 sind schon ganz schön hoch Haupteffekt du kannst eine Digimon Karte mit Justimon in den Namen von deiner Hand ausspielen ohne die Ausspielkosten zu bezahlen ok was hat Justimon jetzt für Ausspielkosten 12 mal gucken falls was bekommen wenn du das machst vernichte ein gegnerisches Digimon mit Ausspielkosten die niedriger oder gleich von dem Digimon sind das du ausgespielt hast Security Effekt du kannst einen schwarzen Thema von deiner Hand ausspielen ohne die Kosten zu bezahlen dann füge diese Karte der Hand des Besitzers zu und da haben wir auch schon einen schwarzen Thema oh Nene Amano Ausspieleffekt deck die vier aubersten Karten am Deck auf füge eine Karte mit Nightmon oder Deadly Exmon in den Namen Twilight in den Eigenschaften davon deiner Hand hinzu die geistigen Karten beliebige Reihenfolge und dein Deck während der gegnerischen Runde alle deine Digimon mit Dark Nightmon in dem Namen oder Twilight in den Eigenschaften bekommen Blocker cool und wenn sie vernichtet wird bekommst du zwei Memory Security Effekt spielt die Karte ohne Memory Kosten zu bezahlen ganz cool und dann haben wir hier unsere erste Superware Sakoyamon Mate Mode ich kann euch mal wieder nicht sagen wer hier äh ein alternatives Artwork hat weil ich mir vorher auch immer nicht angucke was für Karten drin sind deshalb habe ich dann keine Ahnung wenn sie digitiert aber auf jeden Fall sehr schöne Karte das Design finde ich halt cool mit diesem äh Priesterin Outfit wenn es digitiert kannst du eine Optionskarte mit Plugin in Namen oder die gelb ist und Kosten von 5 Euro weniger hat von der Hand aus benutzen ohne die Farbvoraussetzung zu erfüllen oder die Kosten zu bezahlen platziere dann die Optionskarte die du durch diesen Effekt benutzt hast auf deinen Security Stack mit dem Gesicht nach unten anstatt sie in den Ablagestapel zu legen also man kann kostenlos eine 5er Optionskarte benutzen und kriegt dann auch noch ein Leben dazu cool und wenn Sakoyamon angreift dieses Digimon kann in einen Sakoyamon von deiner Hand aus digitieren für die Kosten von 1 indem man auch und äh ignoriert dabei auch die Digitationsvoraussetzungen cool so ich mach mal die Internetseite da weg so find ich ganz cool die Karte wir haben eine Optionskarte Pjondump eines deiner Digimon bekommt Piercing für diese Runde dann wenn du ein Digimon im Spiel hast mit Angoramon im Namen oder mit Angoramon in den Digitationskarten äh tappe ein gegnerliches Digimon was haben wir denn hier überhaupt das ist eine grüne Farbe ok und Security Effekt äh tappe ein gegnerliches Digimon dann füge diese Karte deiner Hand hinzu Tinkamon sehen wir die auch mal wieder Aufspieleffekt ein gegnerisches Level 5 niedrigeres Digimon bekommt Security Attack minus 1 bis zum Ende der gegnerischen Runde ja ganz nett kann man mal machen Asuramon Asuramon sieht ganz cool aus gut den Kopf mag ich jetzt nicht so da mit dem blau rot gelben Farmer umsonst ein ganz cooles Design irgendwas ist hier auch noch im Hintergrund ach ein Rockmon hat es da scheinbar gerade umgeboxt oh was ist das denn ein Brachio Mon den man dem Mund zugetackert hat ist übrigens äh blau schwarz Taktimon Aufspieleffekt äh du kannst 2 Level 4 oder niedriger Digimon mit Bagra Army in den Eigenschaften von dem Ablagestapel spielen ohne die Kosten zu bezahlen die Digimon die auf diese Weise ausgespielt werden bekommen Plocker bis zum Ende der gegnerischen Runde und gegnerische Runde wenn ein Effekt äh eine Digitationskarte eines anderen Digimons vernichten würde kann man stattdessen von diesen Digimon eine Digitationskarte vernichten dann haben wir Pulsmon Digitiert für 0 von Bibimon äh während der gegnerischen Runde wenn du 3 oder weniger Security Karten hast bekommt dieses Digimon Plocker Soundbirdmon den haben wir da unten ist das ein Impmon sieht so aus hier hinter dem Effekttext beim angreifen beim angreifen indem man ein lilanes Digimon von der Hand unter einem deiner Thema platziert kannst du eine Karte ziehen und wenn es vernichtet wird safe außerdem dem vererbeffekt während der gegnerischen Runde wenn äh ein Effekt diese Digitationskarte vernichtet dann bekommst du ein Memory Starmimon 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 ich weiß gar nicht ob Yu auch ein Mädchenname sein könnte also auf jeden Fall wenn man keinen Yu Amano im Spiel hat kannst du einen Yu Amano von der Hand ausspielen ohne die Ausspielkosten zu bezahlen und wenn es vernichtet wird safe fair up effect gegnerische Runde wenn ein Effekt wenn ein gegnerischer Effekt die nein allgemein wenn ein Effekt diese Karte als Digitationskarte vernichten würde bekommst du ein Memory ein neues Plugin und zwar Reinforcement Plugin 0 wenn du ein Thema im Spiel hast kannst die Karte benutzen ohne die Farbvoraussetzung zu erfüllen Haupteffekt 1 deiner Digimon bekommt plus 3000 DP bis zum Ende der gegnerischen nächsten Runde und Security Effekt bekomme ein Memory und füge diese Karte zu deiner Hand hinzu Bosamon sieht ganz cool aus fair up effect während deiner Runde wenn ein Effekt ein Digimon tappt dann bekommt dieses Digimon plus 1000 DP so dann zur ersten fotografischen Karte oder wie auch immer man das hier nennen möchte den Effekt ein Shoutmon X vor hat Material Safe 2 solch neuer Effekt der besagt wenn dieses Digimon vernichtet wird kannst du zwei Karten die in seinem Digimon in seinem Digicross Voraussetzung stehen aus den Digitationskarten unter einem deiner Thema liegen gut dann gucken wir uns so klein mal Digicross an Minus 2 für Shoutmon Ballistamon Dorulomon und Starmon das heißt wenn wir alle vier drunter gelegt haben haben wir also die Ausspielkosten um acht reduziert können es also für eins ausspielen und hier unten steht es ja auch Each Placed Card reduces the Play Cost also jede ausgespielte Karte reduziert die Ausspielkosten gut auf jeden Fall wenn wir die vier drunter haben und Shoutmon X vor wird vernichtet können wir davon zwei Untertainer drunter legen um sie zu retten dann der Ausspieleffekt ziert zwei Karten und noch ein Effekt am Ende des Angriffs in dem man alle Digitationskarten unter diesen Digimon unter eines unter einem deiner Thema gelegt werden kann man ein Thema enttappen und dieses Digimon vernichten ok ich bin gespannt ob das mal irgendwie verwendet wird von von Leuten und wir haben ein Gurus Gamamon Digitation 2 von Gamamon während jeder Runde wenn eine Karte mit Gamamon in den Namen in den Digitationskarten dieses Digimons vorhanden ist bekommt dieses Digimon Retaliation Retaliation hat man ja in dieser Folge noch nicht das besagt wenn dieses Digimon im Kampf vernichtet wird dann wird auch das gegnerische Digimon dabei vernichtet und wir haben noch ein Vernichtungseffekt du kannst ein Gamamon von deinem Ablagestapel getappt spielen ohne die Ausspielkosten zu bezahlen ja ja so weiter geht's gerade einen Schluck getrunken wir sind bei wo ist der Pech 4 gottes will lassen wir uns ganz schön feiern mit red regimon ist das grün ich wette ja ja es ist grün das ist aber Sahnetörtchen die finde ich eigentlich immer ganz cool hier diese mit dem Gittermuster Sahnetörtchen ist eigentlich so mein Fall also ein Obstkuchen ja klar dann haben wir eine Optionskarte Plasma Decadra Launcher na Decadra 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 ähm ja jetzt würde ich vorlesen auf englisch ja genau wenn man diese Karte benutzen würde wenn man diese Karte benutzen würde und ein Gegner 2 oder mehr Digimon im Spiel hat also wenn man diese Karte benutzen würde und ein Gegner 2 oder mehr Digimon im Spiel hat reduziert die Memory Kosten um 2 Haupteffekt schicke ein gegnerisches Level 6er oder höheres Digimon zurück auf die Hand des Besitzers Security Effekt äh schicke ein gegnerisches Digimon zurück auf die Hand des Besitzers das war übrigens eine blaue Karte wie ich gerade sehen konnte ah tut man gegnerische Runde einmal pro Runde wenn ein Gegner ein Digimon oder Thema ausspielt indem er eine Digitationskarte dieses Digimons vernichtet bekommen wir eine Memory ist das so wichtig? ja ok ähm und und wenn es vernichtet wird save und der fair up effekt während der gegnerischen Runde wenn ein Effekt diese Digitationskarte vernichten würde bekommst du ein Memory Sunflowmon so äh wenn es digitiert indem man ein eins deiner grünen Digimon tappt kannst du eine Digimon Karte mit Vegetation 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 Plant oder Fairy in den Eigenschaften und 3000 dp oder weniger von der Hand ausspielen ohne die Kosten zu bezahlen außerdem hat es den Vererbeffekt während deiner Runde einmal pro Runde wenn ein Effekt eines deiner Digimon tappt dann ziehe eine Karte Gatzymon das ist in einer ganz coolen lässigen Pose da mit dem fair up effekt während jeder Runde wenn es wenn zehn oder mehr Karten in deinem Ablagestapel sind bekommt dieses Digimon Retailation dann haben wir ein Darkmon und das Design eigentlich ganz wieder cool mein deutsch ich finde ich finde das Design eigentlich ganz wieder cool ja also wieder ganz cool hätte die Pause nicht machen sollen hat den Vererbeffekt beim angreifen einmal pro Runde eines der gegnerischen Digimon bekommt Security Attack minus eins bis zum Ende der gegnerischen Runde dann haben wir Renamon Ausspieleffekt deck die vier aubersten Karten von deinem Deck auf füge eine Optionskarte mit Plugin im Namen und ein gelbem Thema davon deiner Hand hinzu der Rest in beliebiger Einfolge unter deinem Deck Vererbeffekt während deiner Runde einmal pro Runde wenn du eine Optionskarte benutzt mit Kosten von zwei oder mehr bekommt ein gegnerisches Digimon minus 2000 DP für die Runde Uh ein Skull Baluchimon 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 von der Hand vernichtet wird durch einen deiner Effekte und das dein Zug ist kann eins deiner Digimon in ein lilanes Digimon mit Unded in den Eigenschaften oder Dark Animal vom Ablagestapel digitieren indem du Digitationskosten bezahlst Okay also wenn Skull Baluchimon von der Hand vernichtet wird durch einen deiner Effekte kann ein anderes Digimon ein lilanes Digimon welches Unded oder Dark Animal in Eigenschaften hat und im Ablagestapel liegt drauf digitieren Okay ja wieder so ein halbes Buch als Text Ähm wenn Baluchimon digitiert wenn es vom Ablagestapel aus digitiert bekommt dieses Digimon den Effekt wenn es vernichtet wird vernichte ein gegnerisches Digimon bis zum Ende der gegnerischen Runde Oh Okay Das ist natürlich ganz cool Dann ein blaues Bibidomon Ist das Bibidomon auch blau? Ne das ist ja so grünlich Okay Ähm hat den Vererbeffekt Wenn es angreift einmal pro Runde Wenn ein Gegner zwei oder mehr Digimon im Spiel hat sie eine Karte Ein Satismon Hat sehr viele Wuppels Zwei oben und dann noch ein paar unten Wahrscheinlich eine Art Octopus oder so Ich kenne grad nicht ob das unten Beinchen sind Keine Ahnung Oder es könnte auch wie eine Art Rock sein der halt bloß so Blaubeerform hat Wenn es digitiert Ähm Wenn du sechs oder weniger Karten in deiner Hand hast ziert zwei Karten Cool Wenn es angreift einmal pro Runde Wenn du acht oder mehr Karten in deiner Hand hast Kannst du indem du zwei Karten von deiner Hand abwürfst dieses Digimon enttappen Und wir haben einen Taeki Ikudo Ausspieleffekt Decke die vier obersten Karten von deinem Deck auf Füge eine Karte mit Cross Heart in den Eigenschaften deiner Hand hinzu Und platziere eine Digimon Karte mit Cross Heart in den Eigenschaften Unter diesem Thema Der Rest in beliebiger Reihenfolge unter dein Deck Während deiner Runde Wenn du ein Digimon mit Digi Cross Voraussetzungen ausspielen würdest Kannst du diesen Thema tappen Um äh Karten die unter diesem Thema liegen Als Digitations Karten Für Digi Cross zu benutzen Und Security Effekt Spiel die Karte aus ohne Memory Kosten zu bezahlen Wir sind schon bei einer Stunde Ich glaube wir machen noch das Pack Vielleicht noch ein zweites Und dann lassen wir das für diese Folge Wir haben einen Ballistamon Digi Wolf 2 Also Digi Wolf 2 Von einem Level 3er Mit Cross Heart in den Eigenschaften Während der gegnerischen Runde Die Karte ist grün Okay, ja Während der gegnerischen Runde Wenn du ein anderes Digimon oder Tamer Mit Cross Heart in den Eigenschaften im Spiel hast Dann bekommt dieses Digimon Blocker Wenn es vernichtet wird Save Vererbeigenschaft Während deiner Runde Wenn dieses Digimon Shoutmon in Namen hat Bekommt es Piercing Ein Quetzalmon Hat Armor Purge Das heißt Wenn dieses Digimon Vernichtet würde Kannst du die oberste Karte Abwerfen Damit das Digimon Nicht Vernichtet wird Das heißt Wir können Quetzalmon abwerfen Und haben dann immer noch Das Wookie Digimon Ein blaues Digimon Wigel Xusmon Xusmon Irgendwie sowas Auf jeden Fall Wenn es digitiert Vernichtet die untersten zwei Digitationskarten Eines der gegnerischen Digimon Und wenn es angreift Wenn dein Gegner ein Digimon ohne Digitationskarten im Spiel hat Kannst du ein Level 3er Digimon Und ein Level 4er Digimon Und ein Level 4er Digimon Und von dem Von den Digitationskarten dieses Digimons ausspielen ohne die Kosten zu bezahlen Ich wollte gerade sagen das ist ein Angewohne Mon Aber nein ist es nicht Auf jeden Fall haben wir ein Orgamon dabei Und das dahinter weiß ich gerade gar nicht Auf jeden Fall eine Äh Optionskarte Healing Therapy CWP Ähm Haupteffekt Bis zum Ende der gegnerischen Runde Bekommt ein gegnerisches Digimon Security Attack Effekt Minus 1 Wenn du einen Venusmon im Spiel hast Dann bekommen diesen Effekt 3 Gegnerische Demon Okay dann wird das wahrscheinlich Venusmon sein Das Mädel da hinten Und Security Effekt äh äh aktiviert den Haupteffekt Assaultmon So okay Kann ich jetzt nichts weiter zu sagen Hat auch keinen Effekt Maschummon Garantiert grün Ja Hat aber auch keinen Effekt Uducommon Kennen wir schon Achatamon Hat den Haupteffekt einmal pro Runde Äh Indem man ein 1 Indem du 1 deiner grünen Digimon Tappst Kannst du eine Digimon Karte mit Vegetation Vegetation Plant Oder Fairy Von den Eigenschaften Und 3.000 dp oder weniger Von deiner Hand aus ausspielen Ohne die Kosten zu bezahlen Und der Fire Up Effekt Deine Runde Einabrunde Wenn ein Effekt Eines deiner Digimon tappt Bekommst du eine Memory Dann haben wir einen Shoutmon Digitierten für 0 Von einem Level 2er Mit Cross Heart In den Eigenschaften Shoutmon hat man doch noch nicht oder Ich glaube nicht Ähm Ausspieleffekt Deck die 3 obersten Karten Von deinem Deck auf Über eine Digimon Karte Und eine Tamer Karte Beide mit Cross Heart In den Eigenschaften Deine Hand hinzu Der Rest In beliebiger Einführung Dein Deck Wenn es vernichtet wird Save Bei Erbeigenschaft Während deiner Runde Wenn dieses Digimon Shoutmon In den Namen hat Bekommst es Wash Wash war das Das Digimon der Runde Ausgespielt wurde Auch angreifen kann Dann haben wir einen Deckardramon Das ist ein mobiler Raketenwerfer scheinbar Ausspieleffekt Zieh eine Karte Dann für jedes Digimon Das dein Gegner im Spiel hat Zieh eine Karte Wenn es vernichtet wird Save Übrigens eine blaue Karte Äh Der Vererbeffekt besagt Wenn dein Gegner 2 oder mehr Digimon im Spiel hat Bekommt dieses Digimon Plus 1000 DP Dann haben wir einen blauen Tamer Kiriha Aonuma Anfang deiner Runde Wenn du 2 oder weniger Memory hast Bekommst du 3 Memory Also auf 3 Memory Nicht 3 dazu Und während deiner Runde Wenn du ein Digimon mit Digicross Digicross Voraussetzung spielen willst Kannst du diesen Thema tappen Und kannst dadurch Karten die unter diesem Thema liegen Als Digitationskarten für Digicross verwenden Security Effect spielen aus Ohne Monkeykosten zu bezahlen Und dahinter haben wir Hui Hübsch Ein Jazzmon Ex Antibody Digitiert für 0 von Jazzmon Digimon Hat Piercing Und wenn es digitiert Äh Du kannst Eine Digimon Karte mit Cystermon Im Namen von deiner Hand Oder vom Ablagestapel spielen Ohne die Ausspielkosten zu bezahlen Oh Haben wir hier die Cystermons wieder drin Die hätte ich so gerne Äh Dann Wenn Jazzmon in den Digitationskarten liegt Äh Oder du ein Digimon mit Cystermon im Spiel hast Mit Cystermon im Namen im Spiel hast Dann bis zum Ende der gegnerischen Runde Können all deine Digimon auch ungetappte Digimon angreifen und bekommen plus 2000 dp dazu Das ist doch schon mal cool Und an dieser Stelle beenden wir nochmal Die Folge ist schon lange genug geworden Und in der nächsten ziehen wir dann Das restliche Pack durch So langsam sollten sich die Sachen ja mal doppeln Sodass wir weniger Zeit brauchen beim Durchschauen Und bedanke mich für das Zuschauen Für eure Geduld Äh Für eure Nerven Und Dann sehen wir uns bei der nächsten Folge wieder Bis dahin Silas sein